Warum das Gas teuer produzieren, wenn es am Morgen um das Hund rauskommt? Das sind die Sachen, der dreimal auf die Nacht. Auch wenn ihr jeder Hans Wurscht meint, der Scheiß trägt, der wächst am Baum. Ich meint, wenn ihr es unbedingt warm haben wollt, dann sagt es euch ins Auch, das brennt auch. Oh ja, das brennt fein gescheit. Also ich für meinen Teil, ich reib meine Rosetten schon seit drei Jahren mit einer Habanero ein. Und ich weiß aus Erfahrung, da brauchst du niemals nie mehr heizen, weil von dem Klump, der gläschte von allein. Das beschert mir immer innere Wärme und für meine Frau immer ein warmer Leberkass. Und wenn du mir fragst, für mich ist das Maß allmählich voll. Fürs Bier ist schon gar keine Kohlensäure mehr da. Und da kommen wir ein wenig von der Straße ab. Deswegen scheißt einmal ein wenig auf euren Wohlstand, weil das Bier ist gerade das Wichtigste, das wir haben. Deswegen kauft viel mehr Habaneros.